Peter III. von Aragon, katalanisch Bereelgran, Peter der Große, war König von Aragonien und Graf von Barcelona von 1276 bis 1285 und als Peter I., auch König von Sizilien von 1282 bis 1285 leben, er war der älteste Sohn Jakobsi aus zweiter Ehe mit Jolanda von Ungarn. Peter III. heiratete am 13. Juni 1262 in Montpellier-Konstantia, Tochter Manfreds von Hohenstufen und Enkeltochter Friedrichs II. Er folgte seinem Vater 1276 auf den aragonessischen Thron. Unmittelbar nach seinem Herrschaftsantritt musste er einen Aufstand der maurischen Bevölkerung Valentias und einen Feldzug der Grafen von Volk. Abwehren 1278 zwang er seinen Bruder Jakob II. von Mallorca zum Lehn seit 1281 führte er einen Feldzug nach Tunis an. Die Flotte mit 15.000 Kriegern landete 1282. Als Erbe der Staufer in Sizilien unterstützte er die Erhebung der Sizilianer in der Sizilianischen Vespa von 1282. Peter III. landete am 30. August bei Trapani, nachdem ihn eine Botschaft aus Palermo um Hilfe im Kampf gegen den ungeliebten König Karl von Anjou auf dem Feldzug bei Tunis erreicht hatte. Er nahm die ihm von Sizilianischen Adligen angebotene Krone an und wurde am 4. September in Palermo zum König Peter I. von Sizilien proklamiert. Um die Kriegskosten zu bestreiten, musste er zwar bald die Rechte der aragonischen Stände vermehren, konnte sich jedoch mit kastilischer und griechischer Hilfe gegen Frankreich und Neapel durchsetzen. Da das Papsttum auf Seiten des französischen Herrscherhauses Anjou stand und Peter III. der papstfeindlichen gebellinischen Stauferpartei angehörte, wurde er am 18. November 1282 von Papst Martin IV. gebannt, was noch rund ein Jahrhundert für Sizilien und seine Herrscher galt. Etwa ein Jahr vor Peters Tod begann Karl von Anjou einen groß angelegten Feldzug gegen Aragon. Um Streitigkeiten zwischen Juden aus verschiedenen spanischen Gemeinden zu schlichten, wandte er sich an Salomo Adret, den damaligen Rabbiner von Barcelona. Peter III. ist in einem königlichen Grab im Cisterzienser Kloster Raelmonis de Santa Maria de Santiskreuz in der Provinz Tarajoa bestattet. Dass sein Grab nicht geplündert wurde, konnte im November 2009 durch Wissenschaftler des Katalanischen Museums für Geschichte mittels einer Endoskopiekamera nachgewiesen werden. Nachkommen aus seiner Ehe mit Constanze von Hohenstofen hatte er folgende Kinder. Zudem war Peter Vater zahlreicher außerehelich geborener Kinder. Zudem war Peter Vard.